Ein 15-minütiges Telefonat reicht manchmal schon aus, um einen 5-stelligen IT-Projekt zu gewinnen als Softwareentwickler IT-Experte. Du musst nur wissen, wen du, wann du und zu welchem Thema du am besten anrufst. Zum Beispiel vorgestern am Freitagabend habe ich einen CIO eines Milliardenkonzerns mit 2,2 Milliarden Euro Umsatz, also globaler Konzern angerufen. Der CIO hat insgesamt 100 Mitarbeiter, 10 Entwickler und 130 Projekte, jetzt sagen wir Juli 2022, 130 IT-Projekte, die aktuell aktiv laufen. Und für 10 bis 20, manchmal 30 Prozent dieser IT-Projekte braucht er eben externe Experten. Und es gibt einfach sozusagen einen gewissen Vorgang, den du eben bei diesem einzelnen Fall machen kannst. Und dann machen solltest und dann kannst du als Tierexperte innerhalb von 15 Minuten 5-stelligen IT-Summe auftragen.